So und weiter geht's mit Dragon Ball Z Battle of Z. Wir sind hier noch immer bei der Mission gegen... gegen... hat... wählt noch einer was? Hat eine wählt noch, okay. Ja, ich mache jetzt hier die Mission quasi im Koop-Modus, weil ich viel zu lange im Einzelspieler-Modus diese Drecks-Mission gemacht habe und es mir ersparen will. Warum denn? Hä, warum kann ich jetzt nicht wählen? Rekultieren, beendet und Team bestätigen. Ja? Hä? Menü hier. Achso, hier so. Ich bin bereit. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, im Einzelspieler-Modus diese Mission so oft durchgespielt, so oft gespielt, so oft. Ungelogen. Drei Stunden bin ich vor dieser Mission gesessen und ich habe alles aufgenommen. Das war... boah. Ich habe alles wieder gelöscht, weil... das war echt schwer. Gut, den Start haben wir schon gesehen, den überspringe ich einfach mal. Und ich hoffe, wir können... wir können es jetzt gewinnen. Also, ich habe es vorher auch schon einmal im Koop gespielt und habe es nicht geschafft. Okay, ich fliege jetzt erstmal so ein bisschen zurück, so ein bisschen defensiv. So, ich verhalte mich erstmal ein bisschen defensiv, weil ich mehr so dieser, der... mit Medic bin, ne, wie man so schon sagen würde, mit Battlefield. Wenn irgendwelche Battlefield-Spieler unter uns sind. Das ist Wahnsinn. Das sind diese solche kleinen Giftzwerge, die sind schon so... ...overpowered, aber da ein Zell ist einfach nur... ...Biest. Weiß nicht, diese Mission... ich habe... Drei Stunden, drei Stunden bin ich da vorgehockt. Weil ich diese Mission nicht geschafft habe. Gut. Ich pick die mir einzeln raus, ist besser. Ist mir beim Einspieler auch so... ...leichter gefallen. Wo ist denn der? Zwei haben wir noch. Noch einen. Wo ist der? Da hinten. Da hinten ist er. Ähm... Oh... Maximale Synchronisation. Das... Alter, wie geil. Gut. Geschafft. So, ich heile die mal alle auf. Den heilen wir auch mal auf. So, jetzt noch den hier auffallen. Sehr schön. Von Goku. Er hatte... Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Hier, eins, zwei, drei. Da gibt's Cell ordentlich. Ich heile die mal alle. Okay, jetzt haben wir auch noch einen Schlag abgekommen. Wo ist Cell? Nicht das. Wo ist Cell? Prototype Duds hat den Raum verlassen. Nein, oder was? Nein, nein, nein. Oh, genau. So, sehr schön, sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch... Ah, wir müssen jetzt... Ah, Mist. Ja, und noch alle drei leben. Wer mich jetzt heilen würde. Sehr schön. Ich danke euch. Jetzt komm. Hier, zum Goku heilen. Zum Goku heilen. Komm, nochmal. Noch einmal, komm. Äh, 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 äh. Jetzt kommt hier, Mimiyas. Sehr schön. Zum Goku ist auch komplett geil. Wo ist denn der eigentlich? Ist da irgendeiner beigetreten, oder wie? Na, ist auch nicht schlecht. Aber jetzt muss ich wieder die heilen. Jetzt komm. Sehr schön. Zum Goku. Super Saiyajin. Einfach mal heilen. Einfach mal heilen. Damit... Gut, jetzt noch Cell. Ordentlich. Okay, wir sind schon ziemlich angeschlagen. Komm. Ach, sehr schön. Ich heile dich. Komm, nochmal. Noch, nochmal, weil es so schön ist. Gleich kommt Cells ultimative Form. Noch einmal, komm. Bevor es wieder kommt. Oh, Mist. Hat sich geklappt, aber... ziemlich gut. Jetzt... werde ich... meine wahre Kraft zeigen. Ja, toll, jetzt erzeugst du ein paar Blitzchen. Und was ist daran jetzt so besonders? Als Bonus will ich euch etwas zeigen. Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameh ich komme hier noch mal eine ladung leben für den super saiyajin super saiyajin für dich und weiß der wird quasi vom pc jetzt gespielt aber den heilen wir jetzt auch mal hier der medic ist am start der medic ist am start wo ist der so was jetzt wo es jetzt gibt es eine breitseite kollege kann es ja wohl nicht sein hier mich drüben sehr schön so bis lauf heilen damit sie haben eine höhere durchschlag kraft also mehr kraft als ich und stärker als ich und die besten glöckige aus dem goku aber das ist ja jetzt da perfekt das weg hier weg hier weg hier weg hier oh mein gott muss hier weg wir sollten uns wo ist der gut jetzt aber aufheilen ich heile die einfach nur auf ganze zeit schon so hier kommt noch einmal hier fangoku immer wieder gern mimimams müssen wir auch noch aufheilen sonst sonst ja ich bin ich nur aufheilen sonst gehen die mir alle krepieren die mir ja noch alle so aber jetzt tun wir auch mal in den kampf von zählen mit gut ist mir die tote wir erhalten nicht wir erhalten mich natürlich halten sie mich wo ist der wo ist der wo ist der typ hier aufgehalten ja noch mal eine ladung geht nicht er hat auch geheilt ich lebe noch wo ist er jetzt kommt mir selbst komm schon wir müssen so sehr schön sehr schön okay so wir geben ihm gerade verdammt verdammt ja ja so 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 links rechts links rechts synchronisation aber nicht geschafft maximale so salis besiegt endlich auch diese mission geschafft ah das kann nicht sein mission erfüllt ja danke wer auch immer hier mit mir geholfen hat wer auch immer ihr seid wer auch immer ihr wart wir schicken dem mal unser genki wer auch immer es braucht wer auch immer es will für deine schicke genki da mal 2000 dann schaffen wir die 3000 knacken wir die 4000 noch wird schwer wird schwer aber komm die 4000 knacken wir uhhhh 4,5 75 genki haben wir geschickt und wir haben sal besiegt ah das ist doch mal ein befreiungsschlag für mich SS rang sogar mal sehen wieviel spielerränge wird aufsteigen uhhhh 35 plus 35 35 ja noch eine andere karte super sergeant 2 team gohan sales perfekte form sales spiel arena cool haben wir einiges freigeschalten jetzt hoffentlich in der seite ich bete nur sogar dass es jetzt auch im einzelspieler modus drin ist die bitte 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 wenn nicht dann haben wir ein problem aber ähm wo geht es jetzt hier im menü ne raum verlassen tschüss ich brauche dich nicht mehr haha nur zum aufnehmen habe ich euch gebraucht damit ich die scheiß mission mal packe gut bitte die muss drin sein bitte die muss drin sein bitte die muss ich jetzt fertig haben die mission äh nicht haben wir die ja wie schlecht herr specht so dann machen wir jetzt noch die damit wir alle missionen fertig haben äh wie müssen wir da mit cell kämpfen cell ja man mit cell sogar gehen wir aber auf viermal cell oder was ich habe Bock auf die cyborgs sind mir halt zu schwach ein bisschen viermal cell das heißt viermal ordentlich Punkte für cell so sind wir schon bei über 700 die 25 den pumpen wir jetzt richtig hoch den cell da sollen wir auch wenige arbeit gibt es nicht mehr dann die 35 die 30 noch eine 30 noch eine 30er über 1000 schon hahaha wie geil die ist ja egal von wem 2 35 dahin getan jetzt noch die dahin und was kann die hier erhalten bonus dp in der spieler ep auch so ist auch nicht schlecht geil rang geiler geile karte bestätigen bestätigen alle 1200 komm dann starten wir mal die mission leute so ja das werden wir eh noch in diesem part locker schaffen wenn die so stark sind wenn die richtig abgehen jetzt dann dann wird's dann wird's gut dann ist es gut ich trinke noch einen schluck nach drei stunden habe ich die eine mission endlich fertig ihr wisst nicht wie erleichtert man in diesem so in diesem moment ist in so einem moment ist man so erleichtert da könnte man bäume ausreißen ganz ehrlich so noch hier Väter und Söhne 4 cells gegen hey du glaubst also du kannst mich in dieser perfekten Form schlagen das ist richtig du kannst es sicher gar nicht erwarten mich herauszufordern du kennst die Denkweise eines Saiyajins gut hm Vater das kann doch nicht sein sie sind da drüben was hab dich was das lass ich nicht zu arg Vegeta komm mir nicht in die quere Vater du machst einen Fehler ja er wird uns eh nicht besiegen was das heißt eine Mission einfach besiegen oder so so ihr habt eh keine Chance gegen mich aber irgendwie zieht da einiges ab der Typ was wir sind schon down ok ok cell ist ziemlich egoistisch es war mir schon klar dass er mir nicht helfen wird irgendeiner von denen so sehr schön sehr schön cells zweite Form kriegt ordentlich halava ok das war jetzt ein Fail was ist das eigentlich für eine Attacke hier das hier das war hier Supertrunks von mir kriegt denn der auf die Schnauze eigentlich nein schon wieder nicht Cell drin gewesen Supertrunks ist ein Kind wie du sollte überhaupt nicht kämpfen ey der geht aber äh einigermaßen ab finde ich jetzt nicht so toll ah komm komm nein das dauert uns Leben ab dieser kleine der der kleine Pisser komm wird er davon nicht berührt oder wie alter komm jetzt hier meine mega super ok doch nicht komm hier jetzt meine mega super Attacke heavy hey lol gut jetzt haben wir noch ein Wiederbelebungsteil komm 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 da das bisschen dazu was sie mit mit ihm abgezogen haben nein nein oh warte warte mal wo sind die de krieg auch noch den krieg ich noch den krieg ich noch den krieg ich noch HMMM ah hier oh mein Gott nein Wo ist Ihr Cell? Ne, wo ist Ud? So Wie? Ne, jetzt komm! Alter Wer geht denn jetzt gerade eben so ab hier? Okay, bitte, 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 bitte Ich muss eine retten Oh, nein Ein weiterer ist down Der liegt hier hinten, der liegt hier hinten Den hab ich gleich, den hab ich schon, den hab ich schon Alter Wir haben alle 1200 Angriffspunkte Ne, was? Och, Mann Wie? Versteh ich, versteh ich, versteh ich Jetzt versteh ich gerade nicht Wieso Ist das so? Tausend Also entweder werden die Gegner In unseren Angriffspunkten da Irgendwie mit Einbezogen, oder Abbruch, Abbruch, genau Ne, ich kämpfe nicht mehr mit Cesar, ist er übelst schwach Trantüte hoch Zehnertyp Puh Okay, verdammt Mit, mit, mit Kid Gohan Einfach Vier Kid Gohans Super Saiyan 2 Das wird ein Spaß Auf jeden Fall War's das für diesen Part Wir haben, ich hab auch endlich Diese Creepy Mission Also diese komische Mission Mit diesem Dreckszellerspiel Wo ich da 5 Stunden Ervorgehockt bin Okay, nicht 5 Stunden Aber einfach 3 Stunden Waren's schon Und ja Ich hoffe, es hat euch gefallen Auch so ein kleiner Coop War jetzt auch mal mit dabei Hoffentlich hat's euch gefallen Okay, hab ich mich jetzt wiederholt Und ich würde einfach mal sagen Ich bin raus Euer Dagger Alpha Ciao, ciao Ich bin raus Ja, ich werde auf jeden Fall facultad